Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, da wir doch einiges an Zuwachs hier hatten in letzter Zeit, worüber ich persönlich mich sehr, sehr freue, habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein FAQ-Video und deswegen bekommt ihr das heute. Ihr habt mir fleißig Fragen auf Facebook, auf Instagram, hier unter den Videos gestellt. Die Fragen, die am häufigsten vorkamen, die möchte ich doch heute beantworten. Die heitere Maike hat unter meinem letzten Video gefragt, meine Frage an dich, verändert Lady etwas? Ich habe meinen Schwerbehindertenausweis ja sofort bekommen, obwohl ich rausgehen kann. Hast du ihn endlich? Magst du Outfit-Videos drehen? Gleich viele Fragen auf einmal. Ja, die Lady hat für mich gebracht, dass ich natürlich viel mehr an die frische Luft komme. Und nicht mehr ganz so lethargisch auf meinem Sofa sitze. Sie hat sehr, sehr viel Lebendigkeit in meine Wohnung gebracht. Diese Lebendigkeit ist mir tatsächlich aber auch zu viel. Ja, ich muss gucken, wie sich das weiterhin entwickelt nach wie vor. Mein Schwerbehindertenausweis habe ich nach wie vor nicht, denn es ist immer noch so, dass man mir nicht glaubt, zumindest auf einer Seite. Alle anderen Gutachter und Gerichte glauben mir und können auch nachvollziehen, was ich sage. Ein Gutachter nach wie vor nicht. Er ist der Meinung anscheinend, wenn ich zwei Kilometer fahren kann, dann kann ich auch 50 fahren. Whatever. Das hat er hier in meinen Videos gesehen und hat aber nicht bewertet, dass ich, um in den Netto zu kommen, zum Beispiel zehnmal hin und her gefahren bin, bis ich dort überhaupt angekommen bin. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber zu dem Thema mache ich eventuell nochmal ein gesondertes Video. Ja, außerdem, er nimmt meine Störung halt einfach überhaupt nicht ernst. Und ja, in dem ganzen Gutachten steht nicht einmal was von Angst- und Panikstörung, generalisierte Angststörung, was auch immer. Der hat anscheinend noch nicht verstanden, worum es geht. Outfit-Videos habt ihr immer wieder mal nachgefragt, würde ich gerne drehen. Allerdings ist ja das Problem, dass ich nicht die neueste Kleidung trage, da ich das überhaupt nicht finanzieren kann. Und ich drehe natürlich die Videos alleine. Das ist etwas schwierig dann zu machen. Aber ja, ich könnte vielleicht mal so eine Woche so Daily-Outfit-Videos, das könnte ich machen, ja. Wenn ihr das mit Kleidung wollt, die eben nicht aktuell ist, schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare. Dann mache ich das sehr gerne. Ja, auch die Miezekatze hat gefragt, mich würde interessieren, inwiefern die Angst sich durch Lady verändert hat, beziehungsweise ob sie sich verändert hat. Seit dem letzten Video siehst du sehr viel entspannter und fröhlicher aus, als wärst du daheim nicht mehr auf Dauerstrom. Kann mich auch täuschen. Ja, warum ich insgesamt entspannter bin, da habe ich ja bereits ein Video zu gemacht. Und das hat natürlich auch was mit der Lady zu tun. Aber ich verlinke das Video nochmal in dem i. Dann hat der Tristan03 gefragt, erst einmal dickes Dankeschön zurück, deine Videos sind toll. Ich würde dich gerne unterstützen. Hast du Patron? Du hast mal gesagt, du hast etwas an der Schilddrüse. Hast du dich mal auf Hashimoto testen lassen? Wenn nicht, solltest du es tun. Könnte eine Ursache sein. Vielen lieben Dank für das Kompliment. Ich habe keinen Patron. Ich habe zwar einen Account, habe mich da aber nicht weiter mit beschäftigt. Wenn du mich in irgendeiner Form unterstützen möchtest, dann findest du dazu aber auch alle Informationen in der Infobox. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe verschiedene Dinge an der Schilddrüse, beziehungsweise mir fehlt auch ein großer Teil der Schilddrüse. Und tatsächlich habe ich Hashimoto, das ist richtig. Und ich weiß, dass das eine Ursache sein kann oder das Ganze noch verschlimmert, wie auch immer. Ich werde dazu aber ebenfalls noch ein gesondertes Video machen, wenn ich mit meinem Selbstexperiment dort etwas weiter bin. Aber vielen lieben Dank für den Hinweis. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal vorab, bevor ihr euch Psychopharmaka andrehen lasst, euch in irgendwelche Therapien stecken lasst, lasst euch körperlich untersuchen. Es gibt so, so viele Sachen, die an einer psychischen Erkrankung schuld sein können oder der Auslöser sein können. Lasst das bitte, bitte abklären, bevor ihr noch größere Probleme bekommt. Luxus Frier fragt, du meditierst ja. Hast du Tipps, wie man es erlernen kann? Ich kann es nicht, weil ich mich auf den Atem konzentriere. Ja, bei mir ist es auch so, seit der Klinik schon, da macht man ja typischerweise progressive Muskelentspannung. Und auch dort konzentriert man sich eine Weile auf dem Atem. Und ja, bei mir war das auch so. Ich konnte das nicht, weil ich ja genau davon weg will, mich auf den Atem zu konzentrieren. Ja, weil er mir ja Angst macht. Und deswegen kann ich das super nachvollziehen. Ja, ein Tipp, den ich dir geben kann, ist, also ich kann auch noch nicht hundertprozentig selbst meditieren. Ich kann keine stille Meditation, also mit mir alleine. Ich habe angefangen mit geführten Meditationen, zum Beispiel von der lieben Mojo Dee. Verlinke ich dir auch gerne nochmal in der Infobox. Und wenn du das regelmäßig machst, dann macht dir das in dem Moment keine Angst mehr. Ich mache keine reibende Atemmeditation, sondern es ist ja nur am Anfang, dass sie sagt, dass man den Atem beobachten soll. Oder ihn auch verändern soll, dann wieder nicht verändern soll. Und genau dort liegt auch bei mir das Problem. Wenn ich erst auf ihn achte, dann kann ich ihn nicht mehr nur mal laufen lassen, sondern beeinflusse ihn. Das fällt mir auch noch ziemlich schwer, aber ich glaube, dass man das üben kann. Und wenn du das mit geführten Meditationen machst, immer und immer wieder, hast du zumindest ja diese Grundangst vor dem Atem nicht mehr. Um wirklich meditieren zu lernen, geführte Meditationen sind ja keine wirklichen Meditationen. Oder das sind schon Meditationen, aber es sind vorgegebene Themen. Wenn du dich selbst und deine eigenen Themen meditieren möchtest, kann man das in Lernen, indem du dich mal einfach zwei Minuten hinsetzt, ohne Ablenkung, ohne Handy in der Hand, ohne irgendwelche Geräusche, Tiere neben dir. Und du wirst merken, dass dir schon wahrscheinlich zwei Minuten sehr, sehr schwer fallen, still zu sitzen, die Augen zu schließen, einfach nur da zu sein. Aber so kann man das üben und man kann dann die Zeit immer weiter erhöhen und irgendwann wird auch was hochkommen. Und du kannst deine Gedanken und Gefühle beobachten und siehst, was bei dir gerade Thema ist. Aber das ist auch ein Prozess, an dem man bleiben muss. Ich bin gerade mal bei zwei, drei Minuten, dann werde ich total rappelig und man muss das üben. Martin Bach hat gefragt, welchen Sport macht man am besten gegen Angst? Du erwähnst es ja immer wieder und damit hast du mich motiviert, dass ich auch anfangen möchte. Das freut mich sehr, dass ich dich dazu motivieren konnte, als allererstes natürlich. Und ich glaube, es ist ganz egal, welchen Sport du machst, denn es geht dabei ja um die Bewegung. Und wenn du anfängst, erst spazieren zu gehen, ansonsten halte ich für am geeignetsten irgendeinen Ausdauersport. Ja, wenn es dir darum geht, die Symptome der Angst beim Sport zu erleben, erreicht man das natürlich eher mit Ausdauersport. Und Krafttraining, ja, natürlich ist das auch anstrengend, aber dabei rast das Herz nicht so. Und eigentlich ist es egal, welchen Sport du machst, Hauptsache du bewegst dich und du baust Adrenalin ab. Du wirst negative Energien los, bekommst dafür aber positive und es gibt dir ein ganz anderes Körpergefühl. Und ich denke, es ist meiner Meinung nach relativ egal, was für einen Sport du machst. Hauptsache du findest einen, der dir wirklich Spaß macht und bei dem du dann auch dranbleiben kannst. Wenn es dir nämlich keinen Spaß macht, dann bleibst du nicht dran und dann bringt es dir auch nicht viel. Also probiere alles aus und ich bin mir sicher, du wirst irgendwas finden. Silvettin fragt, hast du noch Hoffnung, die Angst loszuwerden? Danke für deine Videos. Phasenweise ja, phasenweise nein. Grundsätzlich denke ich, man kann sie zu jedem Zeitpunkt loswerden, wenn man vielleicht seinen Schlüssel gefunden hat. Die Meinungen teilen sich. Viele sind der Meinung, wenn man das lange hat, dann wird man es nie mehr ganz los. Ich glaube aber, wenn man den Schlüssel hat und gerade nach so langer Zeit da wieder rauskommt, dann ist man es auch los. Ich weiß es nicht. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass ich immer noch lernen kann, zumindest damit zu leben. Dass es vielleicht auch nicht immer so heftig ist, wenn ich rausgehe. Aber das ist wie gesagt, phasenweise mal ja, mal nein. Manuela 82 fragt, welches ist dein Lieblingsduschgel und deine Lieblingslidschattenpalette? Mein Lieblingsduschgel ist aktuell von einer YouTube-Kollegin. Habe ich hier im Netto entdeckt und ich liebe es total. Es riecht total weiblich und ja, das was mir am wichtigsten ist, dass man es nicht sofort wieder von der Haut runterwäscht, sondern dass man es danach auch noch riecht. Ja, das ist das von der NILAM. Da gab es noch andere YouTuber, die da mitgemacht haben. Und ja, ich liebe das total jetzt auch im Winter. Meine Lieblingslidschattenpalette ist die Huda Beauty. Das ist diese hier. Leider ist sie mir schon mal runtergefallen. Ah, ihr blendet. Das ist diese hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ja, ich weiß, ihr wartet auf ein Favoritenvideo. Daran wird sie auf jeden Fall landen. Ich muss dazu sagen, es ist nicht die echte. Und ich bin mega begeistert. Hat auf jeden Fall wunderschöne Farben. Und ja, die auch gut zusammenpassen, die gut zum Winter passen. Und ich verlinke sie euch einfach mal in der Infobox. Dann wurde ich noch gefragt, wie es aussieht mit den Daily Vlogs und den Drogerie News. Ja, Drogerie News kann ich wieder machen. Die Möglichkeit gibt es wieder. Ist halt die Frage, mache ich das auf diesem Kanal oder nicht. Ich werde es erstmal auf diesem Kanal machen, weil ich habe noch eine gesehen, da kommt noch eine Frage, die dazu passt. Denn das ist ja auch ein Teil von mir. Und ja, ich habe im Moment noch nicht so das Durchhaltevermögen, wirklich zwei Kanäle zu betreiben. Ich glaube, ich lasse es erstmal hier. Zu den Daily Vlogs. Ja, da sehe ich das Problem, ich mache ja nicht viel. Und ich weiß nicht, was ich Daily Vloggen soll. Soll ich Daily Vloggen, wie ich auf dem Sofa sitze? Ja, ich könnte euch klar zwischendurch mal zeigen, wie mein Tag so aussieht. Wenn ihr das sehen wollt, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten bekommt ihr auch mit, was ich mache oder nicht mache, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und auf meinem Blog wird es in Zukunft auch mehr Updates dazu geben, was so in meinen Gedanken vorgeht, wie es mir geht. Ich werde wieder ein bisschen mehr schreiben. Und ja, meinen Blog findet ihr ebenfalls in der Infobox. Genau, das war nämlich die Frage dazu. Frank fragt, warum hast du den Namen damals geändert? Aktuelles Thema bei mir ist, was hältst du von Fernbeziehungen? Kann das klappen, wenn man sich alle paar Wochen sieht? Stichwort Eifersucht. Deine Videos sind sehr hilfreich. Warum ich den Namen damals geändert habe, hat zwei Gründe. Zum einen, für alle, die es nicht wissen, mein Kanal hieß früher Angstreise. Und ich habe mich selbst zu sehr mit dem Kanal identifiziert. Das haben mir ganz, ganz viele von euch geschrieben. Wenn ich mich immer mit diesem Namen beschäftige, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Kanal, mit Videos drehen oder mit Kommentaren beantworten, dann mache ich meine Angst zur Marke oder mich zur Angst. Und ich glaube einfach, dass die Angst ein Teil von mir ist. Deswegen findet ihr auch alles andere, was zu mir gehört, wie Beauty oder Technik. Das sind alles Teile von mir. Findet ihr alles auf diesem Kanal. Deswegen fiel ich ins Welt, dass ich hier eben auch alles hochladen kann. Und ja, das waren eigentlich schon die beiden Gründe. Also einmal, dass ich mich zu sehr damit identifiziert habe und dass ich dann hätte wirklich mehrere Kanäle betreiben müssen. Und ich finde es jetzt erst mal so viel besser. Zu dem Thema Fernbeziehungen. Ich gehe davon aus, dass es klappen kann. Auf jeden Fall. Eifersucht dürfte keine Rolle spielen. Wer sehr, sehr eifersüchtig ist und die Eifersucht nicht ablegen kann, glaube, dann hat eine Fernbeziehung keine Chance. Wenn man sich aber wirklich vertraut, nicht großartig eifersüchtig ist, sich doch, ja, oder regelmäßig im Kontakt steht. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Warum nicht? Ich glaube sogar für mich persönlich wäre das genau das Richtige, denn ich würde es gar nicht wollen aktuell, dass hier den ganzen Tag jemand ist oder ich gezwungen bin, jemanden jeden Tag zu sehen. Ich kann mir das durchaus gut vorstellen, dass das funktioniert, ja. Aber ich denke, das kommt auch auf die Lebenssituation an. Ja, und welche Charaktere beide Menschen haben. Wenn du diese Entscheidung treffen musst oder gerade vor so einer Entscheidung für dich stehst und deswegen die Frage gestellt hast, ja, dann versuch es einfach. Was hast du zu verlieren? Du hast doch nur etwas zu gewinnen. Sabi Sabi fragt, du hast mal erwähnt, dass du so durch die Medikamente zugenommen hast. Wie hast du wieder abgenommen? Hast du die Medikamente weggelassen? Hast du Tipps? Oh, schwierig. Ich habe nach der Klinik sehr, sehr viel Sport gemacht. Damit habe ich aber tatsächlich nur erreicht, dass ich nicht weiter zugenommen habe, dass sich mein Stoffwechsel etwas mehr normalisiert hat. Allerdings habe ich nicht abgenommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt die Medikamente weitergenommen und habe erst in den letzten zwei, drei Jahren abgenommen und dafür habe ich gar nichts getan. Deswegen habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt die Medikamente sehr, sehr, sehr reduziert. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, ob ich danach, davor abgenommen habe, also davor schon abgenommen habe. Du hast mir, glaube ich, schon ein paar Mal geschrieben, auch auf Instagram, ich weiß, wer du bist und ich glaube einfach, wenn du Sport treibst, dich bewegst, wenn du dich gesund ernährst, dann kannst du das eventuell aufhalten. Inwieweit du das reduzieren kannst, solange du die Medikamente nimmst, weiß ich nicht. Vielleicht sprichst du da mal mit deinem Arzt drüber. Ansonsten glaube ich bei mir nämlich, dass, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich glaube, dass mein Körper sich an diese Medikamente auch gewöhnt hat und ja, mein Stoffwechsel sich wieder so angepasst hat, wie er vorher war, denn jetzt ist es aktuell so, ich kann wieder essen, was ich will. Ich nehme keinen Gramm zu, im Gegenteil. Deswegen habe ich keinen wirklichen Tipp, wie du es reduzieren kannst, aber Sport, gesunde Ernährung und ja, du musst abwägen. Wenn dir das Medikament hilft, denk nicht drüber nach, es abzusetzen, sondern nimm es weiter, bis du auf dem Standpunkt bist, dass du wirklich soweit bist, es abzusetzen und danach kannst du immer noch abnehmen. Ich weiß, wie schwierig das ist und ich weiß, dass das ganz, ganz blöd ist und ja, zusätzlich sehr viel Kraft, sehr viel Überwindung kostet, aber das sollte das kleinere Übel sein. Also ich denke, dass ich sehr viel Glück gehabt habe, dass das halt einfach wieder weggegangen ist. Dann schaue ich mal gerade noch die Fragen auf Instagram. mellex-welt fragt, wo aus Deutschland bist du? Willst du noch heiraten? Kannst du dir vorstellen, mit anderen YouTubern zu kooperieren? Wusstest du, dass ich nicht vergessen habe, dass du tanzen liebst bzw. kannst? Ich komme aus NRW in der Nähe von Hannover. Ob ich noch heiraten will? Klar war immer mein Mädchentraum, irgendwann mal zu heiraten, aber da ich Single bin, ja, steht das aktuell nicht zur Debatte. Grundsätzlich würde ich gerne heiraten, ja. Allerdings habe ich dort für mich auch, ich würde ohne jemanden wahrscheinlich nicht mehr heiraten, das sage ich heute, würde vielleicht dann auch anders aussehen. Generell, ja, wenn es passt, natürlich. Kannst du dir vorstellen, mit anderen YouTubern zu kooperieren? Ja, klar kann ich das. Mache ich auch immer und immer wieder mal. Ich habe hier auch aktuell das Adventskalenderprojekt am Laufen. Das kann ich euch auch nochmal verlinken, für alle, die dies nicht gesehen haben. Falls du Lust auf eine Kooperation hast und deswegen fragst, ähm, schreib es mir einfach, können wir gerne machen. Wusstest du, dass ich nicht vergessen habe, dass du tanzen liebst bzw. tanzen kannst? Naja, ob ich tanzen kann, weiß ich nicht, aber ja, tanzen ist mein Leben seit sehr, 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 sehr vielen Jahren und es gibt für mich fast nichts Schöneres. Und dass du das nicht vergessen hast, weiß ich, weil du hast es schon mal in einem Livestream von dir erwähnt. Und viele liebe Grüße auch an dich. Lüia 4551 Was ist dein nächstes Ziel? Was wird sich etwas Grundlegendes ändern bei dir? Es kommt nämlich so rüber, als würde es dir deutlich besser gehen. Freue mich schon auf das Video. Was mein nächstes Ziel ist und ob sich irgendwas Grundlegendes geändert hat bzw. ändert? Ja, ich kann eigentlich nur Video auf das Video verweisen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich etwas entspannter bin. Was jetzt allerdings im Winter nicht so ist. Ich drehe nämlich eigentlich während einer Panikattacke oder beziehungsweise davor. Ich habe schon die letzten zwei Tage totale Panik wegen dem Schnee und es geht mir eigentlich gar nicht gut. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier heute so durchs Video rase. Ich habe das Gefühl, ich renne in meiner Stimme. Ich kann mich auch ganz schlecht konzentrieren, euch irgendwas Brauchbares zu erzählen, denn ja, es schneit draußen. Aber dieses wird nicht das letzte FAQ gewesen sein. Ich habe ein Ziel, was eventuell meinen Wohnort angeht, aber da berichte ich euch drüber. Wenn das soweit ist, das kann auch noch ein Jahr oder länger dauern. Ich weiß es nicht. Ich habe grundsätzlich einen Plan in meinem Kopf, der sich aber leider nicht so leicht umsetzen lässt, wie ich das gerne hätte. Ob sich grundlegend was geändert hat? Ja, bis vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, ja, jetzt würde ich wieder sagen, nein. Aber es hat sich grundlegend was geändert. Das stimmt. Ich bin viel, viel zufriedener, mache viel mehr, sitze nicht mehr nur doof auf dem Sofa rum. Das ist jetzt anscheinend wieder eine Phase, aber wenn du damit meinst, ob ich mich wieder draußen bewegen kann, nein. Und sie fragt noch, hast du dich an die Abwesenheit von deinem Ex gewöhnt? Tatsächlich ja, das habe ich. Hätte ich, ja, mein Video, Live-Update, wie es mir geht, ist, glaube ich, jetzt genau ein Jahr her. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Tatsächlich habe ich mich daran gewöhnt. Das ganze Jahr über bin ich in dem Punkt sehr, sehr, sehr gut klargekommen. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schwierig, was den Winter angeht, dass ich hier so alleine bin, aber eher in Sachen, was ist, wenn mein Auto nicht anspringt, so praktische Dinge. Und gerade, wenn ich an das Thema Umzug denke, mit wem soll ich das machen, wer soll mir dabei helfen, wer soll mich begleiten, obwohl ich auch dort wahrscheinlich nicht alleine sein muss, wenn ich das nicht möchte. Ich habe in einem Video schon erzählt, dass ich zwei Menschen kennengelernt habe, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, allerdings rein online und auch durch die Lady wieder etwas mehr Leben habe. Ich glaube, dadurch habe ich mich daran gewöhnt. Mittlerweile bin ich sogar ganz froh darum, weil mir dieser Mensch einfach nicht gut getan hat, durch viele Dinge, die vorgefallen sind, aber ja, ich habe mich daran gewöhnt. Aber ja, ich habe mich daran gewöhnt, was aber nicht heißt, dass ich die Freundschaft nicht gerne zurück hätte. Aber es ist jetzt, wie es ist und ich kann es im Moment auch nicht ändern. Und es ist auch okay so. Mira Hu fragt, erst mal liebe Grüße an dich. Was machst du, wenn du eine Panikattacke hast? Gibt es einen guten Tipp, wie man damit umgehen kann? Wie man damit umgeht? Oh, und die Frage, habe ich auf Facebook auch nochmal bekommen? Werden wir gleich nochmal zukommen? Es ist wirklich eine schwierige Frage. Diese Frage bekomme ich natürlich sehr, sehr oft und ich muss leider sagen, ich habe keinen guten Tipp. Ich kann euch weitergeben, was funktionieren soll. Bei mir funktioniert es leider nicht. In einer akuten Panikattacke habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Die beste ist, ihr gebt euch den Angstgefühlen hin. Das heißt nicht, ihr sollt auf sie reagieren, sondern ihr nehmt sie wahr und lasst sie dort, wo sie sind. Es muss euch egal sein. Ihr macht trotzdem, was ihr machen wollt. Das ist der beste Weg, damit umzugehen, um auch diese Angst loszuwerden. Wobei Panikattacke ja schon heißt, man hat sich dieser Angst hingegeben und man verfällt schon in Panik. Die schlechteste Sache, die ihr machen könnt, ist natürlich zu flüchten. Das heißt, es ist ganz, ganz schwierig, dort einen Tipp zu geben, weil ich halte es nicht aus und ich mache es genauso, wie man es nicht machen sollte. Ich flüchte und wenn ich nicht flüchten kann in meiner Wohnung, ja, eigentlich würde ich euch sagen, Ablenkung, 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 was eigentlich nicht der richtige Weg ist. Angst lässt sich im Grunde genommen nicht verdrängen, so geht sie nie. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht ablenken. Es gibt ja nur einen Ort, aus dem ich nicht flüchten kann. Das ist gerade jetzt, wenn es schneit und ich nicht gehen kann. Und ich drehe leider wirklich durch. Ich fange an, meine Spülmaschine auszuräumen. Ich fange an, gleichzeitig meine Waschmaschine zu füllen, räume auf, räume um und nachher sieht es in meiner Wohnung aus, ja, wie bei Hempels unterm Sofa, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich kann damit leider gar nicht umgehen. Ich knalle mir Hörbücher ins Ohr oder Meditationen. Wenn es gar nicht mehr anders geht, versuche ich zu schlafen, um diese Zeit zu verschlafen. Das sind aber alles nicht die richtigen Wege, was ihr machen solltet. Und tatsächlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn es zum Beispiel zu Hause ist, dann setzt euch hin, schaut in euch, wo sitzt die Angst gerade, warum ist sie da und wartet einfach, bis sie geht. Sie wird irgendwann gehen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, als dass ihr euch reinsteigert. Und flüchten ist keine gute Idee. Ihr seht, ich weiß ganz genau, was ich tun sollte, aber ich kann es leider nicht. Ich habe die Kraft überhaupt nicht, das auszuhalten seit vielen, vielen Jahren. Deswegen bin ich nicht der beste Ratgeber für euch. Aber ich kann euch natürlich weitergeben, ja, was ich meine oder gehört zu haben, was funktionieren könnte. Nobby unterstrich Neumann fragt, was mich interessiert, dein Kaffee mit Milch oder Zucker? Ich trinke erst seit kurzem wieder Kaffee mit Milch, ja, ohne Zucker. Heute ist es anscheinend sehr kanallastig. wie was man fragt, vielen Dank für deine Videos, sie helfen mir immer wieder weiter. Wie kann ich dir meine Fragen und mein Thema für das Fingchen's Tea Time schicken? Du kannst mir entweder einen Brief schicken an mein Postfach, du kannst mir eine anonyme Mail schicken, du kannst mir eine öffentliche Mail schicken, du findest auch dazu alle Informationen in der Infobox und bitte an alle wieder der Hinweis, wenn ich irgendwas vorlesen soll, wenn ich, ja, auch die Pakete, da sage ich das ja auch immer, bitte immer sagen, wenn ich ein Video darüber drehen soll und so gilt das natürlich auch bei den Fingchen's Tea Time. Bitte dazu schreiben, dass ich den Brief so vorlesen darf, ansonsten nutze ich einfach nur deine Geschichte. Jetzt schaue ich gerade noch auf Facebook. Die Sandra Irmer hat gefragt, meine Frage wäre, wie gehst du mit Herzstolpern um? Ja, das zielt ja zu der Frage, wie gehe ich mit Angst um? Und ich muss sagen, ich gehe damit gar nicht um. Ich finde es ganz, ganz fürchterlich und ich kann damit nicht umgehen. Ich halte es halt irgendwie aus. Ich habe leider keinen wirklichen Tipp für dich. Ich bin ja leider diejenige, die sich reinsteigert. Also manchmal schaffe ich es mich abzulenken und manchmal eben nicht und deswegen auch hier einfach der Tipp, hinzuschauen, warum ist es gerade so, das Herzstolpern da sein lassen. Es wird auch wieder gehen oder du versuchst, dich eben abzulenken. Ja, und auch gleich die nächste Frage geht in die Richtung Ivrine Kohlmann fragt, habe seit kurzem die Diagnose bekommen, Agoraphobie mit Panikstörung, wie gehst du damit um? Ja, du kannst dir gerne meine Tipp-Videos anschauen, was man machen könnte, welche Dinge es gibt, die man machen könnte. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du einen Therapeuten hast oder nicht, such dir auf jeden Fall einen, der dir unterstützend zur Seite steht, der dir sagen kann, welche Möglichkeiten du hast, was auch dahinter steckt, der ergründen kann, wo es herkam. Ansonsten, wie ihr seht, gehe ich damit auch recht offen um. Was ich dir vielleicht noch sagen kann, lass dich nicht so einschränken, wie ich das getan habe, denn ja, umso schwieriger wird es, dort wieder rauszukommen. Versuch weiterzuleben, versuch die Dinge, die du machen möchtest, weiterzumachen und lass dich von der Angst ja, gar nicht erst ins Haus zerren. Es sind so, so, so viele Menschen, die deswegen im Haus sitzen und das ist gar nicht, es ist absolut nicht nötig, wenn man tatsächlich rechtzeitig, ja, was dagegen tut und umso länger du wartest, umso schwieriger wird es. Also, pack es an und, ja, beschäftige dich nicht allzu sehr damit. Du solltest dich schon beschäftigen, insofern, dass du weißt, was das ist und das ergründest du mit einem Therapeuten und, ja, wie ich damit umgehe, seht ihr in meinen Videos. Nicht unbedingt so, wie man es machen sollte. Und ich wünsche dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Kraft, dass du das, ja, schnell über die Bühne bekommst, dass du einen Weg findest, wie du damit umgehen kannst und, ja, dein Leben relativ normal leben kannst. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das waren alle Fragen heute. Heute waren sie sehr kanallastig, also wie es mit meinem Kanal weitergeht und sehr angstlastig. Ich glaube, eine Beautyfrage war dabei. Vielen lieben Dank. Wir machen es jetzt einfach so, wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die mir doch bitte gleich unter diesem Video, dann finde ich die für das nächste FAQ auch gleich wieder. Jetzt waren sie ein bisschen verstreut, also falls ich jetzt irgendwas Wichtiges übersehen habe, stellt sie mir nochmal. Ich hoffe, dass ihr trotzdem mit meinen Antworten zufrieden wart, auch wenn ich sehr, sehr aufgedreht heute bin. und wir haben auch leider heute kein Tageslicht und Softboxen besitze ich leider nicht. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch. Es hat euch gefallen. Ihr konntet mich vielleicht wieder ein Stückchen mehr kennenlernen, meinen Kanal wieder ein Stückchen mehr kennenlernen. Generell fragt ihr noch oft nach Tipps und auch auf Instagram sehr, sehr viel. Im Moment per Privatnachricht. Natürlich gebe ich in meinen Tipps-Videos immer weiter, was ich mal gehört habe, was ich selbst, wenn es auch nur für eine kurze Zeit war, ja, was mir gut getan hat, das gebe ich immer an euch weiter. Aber generell wisst ihr ja, alles, was ich sage, überprüft für euch, probiert es aus für euch. Ich bin kein Arzt, kein Apotheker, kein Heilpraktiker. Das sind nur meine Erfahrungen und grundsätzlich wisst ihr auch, dass ich mit der Angst selbst nicht weiterkomme. Trotzdem gebe ich euch gerne weiter, was mir mal geholfen hat oder anderen hilft, was ich gehört habe und was auch in meinem logischen Verstand Sinn macht. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier langsam anfangen zu wachsen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. An dem Punkt, wer mich noch nicht abonniert hat und das erste Mal ein Video von mir sieht, der kann meinen Kanal gerne hier jetzt kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben. Auch das würde mich sehr, sehr freuen. Und gerne würde ich auch mehr von euch lesen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Auf jeden Fall eure Fragen in die Kommentare, die ihr noch habt. und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Finchen. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020